Am Brugger Hauptplatz haben kürzlich die österreichischen Streetball-Meisterschaften stattgefunden. Zwar war das Wetter nicht unbedingt optimal für Freiluftbasketball, aber der Einladung der Kapfenberg-Bulls sind dennoch zahlreiche Teams gefolgt und haben Straßensport erster Güte geboten. Bruck als Veranstaltungsort hat sich bewährt. Es geht darum, dass wir als Kapfenberg-Bulls, als Organisator, einen Standort machen im Zuge der österreichischen Streetball-Meisterschaften. Es gibt neun Turnierorte. Bruck an der Moor ist ein Turnierort. Wir freuen uns und bedanken uns bei Bruck an der Moor, dass wir diese tolle Location wählen durften. Die Regeln von Streetball sind einfach erklärt. Es geht darum, der Vorteil ist, es kann bei jedem Wetter, wie man jetzt das sieht, überall gespielt werden. Es wird auf Asphalt oder auf Pflastersteinen gespielt. Basketball ist ja 5 gegen 5, Streetball ist 3 gegen 3. Es wird gespielt auf einem Korb im Gegensatz zu zwei Körben. Die Sieger und die zweiten Plätze des Turniers in Bruck fahren übrigens zum Donauinselfest nach Wien zu den österreichischen Meisterschaften. – Danke, danke. – Schuss, guckbe, buskbe baut 50 Windspot. Ret Bulgar mer her. Eher riff in funnelsen. – Zulu Oder? hacerlo! Untertitelung des ZDF, 2020